Ist das euer Ernst? Jetzt gibt es auch den Angelaufflug Ja Forellensee Nach einem nervenaufreibenden Start Hier unser Bulli mit dem Oliver und dem Jannis Hinten die Routen drin Wir melden uns gleich mal wieder Auf dem Auto warten wir Auf dem Auto warten wir Auf dem Auto Kolonnenfahrt Erprobt Mitten im Nirgendwo in Holland Ab dem Forellenteich Auf dem Auto Ist das ein Stör? Ja Wow, er hat einen Stör Was? Hat der viel Kraft? Schöner Stör Schöner Stör Schöner Stör Wenn wir mal wieder Orere Schöner Stör Da Entschuldigung Dansk Mich Kannst du Entschuldigung Ah Oliver Keiner Stör Ja, perfekt. Wo ist da denn der schöne? Wie lange drillt man so ein Stör? Ist der Start? Nein, ausgestiegen! Ich glaube Stefan, hast du noch eine Störroute? Hast du noch eine Störroute, Stefan? Nächster Stör! Hier hoch! Flucht! Er fängt sich in Stör! Ja! Oh mein Gott! Er hat einen Stör! Er hat einen Stör gefangen! Darf ich mal anfassen? Ist hier ekelhaft? Soll ich ein Foto machen? Ich mache ein Foto, ja? Hochhalten! Hochhalten! Hochhalten und drehen! Schneller drehen und hochhalten! Schön! Stefan! Ne! Ein weißer Stör! Albino! Geiler Stör, oder? Ich glaube wir wollen... Es ist gleich durch! Hier hier! 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 Stefan, komm mal schnell! hol dir ab und mach dir oi shit fuck wie ist das wie ist das oi 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 was bist du denn mit stark übertreib dich ich kann nicht mehr hast du dieses Maul du auch ne große Stimme aus dem hoch hoch ich kann ich film über Wasser Stefan geh weg geh weg geh weg geh weg hoch 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 Oh, Oliver! Applaus, Applaus! Applaus! Rene ist erst der Störer, kann auch ein Welser sein, aber Welser sind draufgekommen. Das ist so ein Popeltier. Das ist so ein Popeltier, Tanascheur. Der ist dagegen geschwommen. Der ist dagegen geschwommen. Ja, der Rute. Ich möchte dir rutschen. Ja, kannst du ja. Nimm mal die Rute. Nimm mal die Rute. Nimm mal die Rute. Hier, warte. Ich stehe auf den Ständer. Ich gehe an den Film weiter. Hallo mein Freund. Warte, warte. Mach einfach, mach einfach. Okay, das reicht. Ich finde da wohl einen guten Streamshot. Ja, da fühlst du wohl. Ja, da fühlst du wohl. Das würde ich sagen. Der war gut. Der war gut. Hier, hier. Check, Alter. Also nochmal zurück. Ich mache nochmal kurz eine Anmoderation. Wir sind hier kurz vor meinem Haustier. Ich mache mal kurz fünf Minuten Pause. Ich habe mir hier so einen kleinen Spinner gebaut. Ich will den mal kurz testen. Ich zeige den mal ein bisschen näher. Mit Einzelhaken. Und... Ich dachte einmal... Bis später. Ich versprochen gleich das Video nachher noch hoch. Und dann... Mal schauen... Was jetzt noch ein bisschen passiert. Ich mache mal eine halbe Stunde Pause. Und danach mache ich heute Abend noch eine Nachtschicht. Und dann... Ich wünsche für alle ein schönes Wochenende. Bis denn dann alle. Und vor allen Dingen großes Dank an die Kubecke. An allen anderen. Ich bin interessiert und alles tun wir dran. Die Kiffern sind sehr sehr gefreut. Die wollen demnächst wieder still angeln. Bald ist sowieso schon Zeit in Holland. Da geben wir sowieso ein bisschen mehr. Ich denke mal, wir werden ein paar andere Sachen machen. Wir werden ab und zu mal ein paar Asunderdiener machen. Spinner bauen, Technik Sachen machen etc. Mal schauen, was die nächsten Monate bringen. Die nächsten Wochen folgt einfach den Kanal. Ich wünsche allen vor allen Dingen. Ein dickes Petri. Und danke fürs Anschauen. Wenn es euch gefallen hat, einfach mal den Like sagen. Ich stelle erst mal. Ich gucke jetzt noch ein bisschen, ob ich selber noch mal 5 Minuten vielleicht noch mal ein Fisch auf das Ding anfangen. Um mal gucken. Um mal noch einen schönen Feierabend zu machen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.